Die zu veräußernde gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Mayen-Koblenz. Die Immobilie wurde 1995 erbaut und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 95.500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Krufe und outdoorsök allgemein eines Besichtigungstermin permissions. Die prueba mit einer Luft